Schhhhhhhh Was macht ihr schon da? Hallo, ha 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 Na, mach nochmal nen zweiten Take und ne Zigarette, gell? Ich kann nicht rarren, ich kann das nicht Hallo, Ladies Na? Ich wollte euch ne Ankündigung machen Schnell. Heute oben um 18 Uhr Also eigentlich gleich, bald, wenn man so will Mach den Dumperblan wieder nen Stream Ich hab mal gedacht, ich bin vielleicht auch dabei So als Schönling, weißt Ich bin ja lange Zeit ein Schönling gewesen Bei uns im Dorf. Ich war mit der schönsten Kuh zusammen Äh, Fra, KQ Wir haben bei uns in der Schafe. Also ich schalte auf jeden Fall vorbei An dieser Stelle wollte ich noch sagen Dass ich eine Frau such Diese Frau sollte möglichst auch Die Livestreams gucken wollen Mit mir zusammen, auf der Couch Oder je nachdem Wie die Ausstattung das hergibt Auf dem Sessel. Es ist beides völlig Völlig in Ordnung für mich. So ein Gartestuhl Ist auch in Ordnung. Aber nicht zum Zitzack Da rutsch ich immer rein, ich hasse die Zitzsäcke Hör auf Dann krieg ich mich aber nicht, Fräulein, wenn du einen Sitzsack hast Dann will ich nicht, dass du das verstehst, gell Ich werde mich wieder ganz nachrichten, wenn ich das von Zitzsäcke höre Aber habt ihr jetzt damit angefangen Also seid auf jeden Fall beim Stream dabei Heute um 18 Uhr geht's los, ja Frau ihr könnt mich ausschreiben, okay Einfach unter dem Stream Wenn ihr mich wollt Ich werde bestimmt einen riesen Haufen Frauen kommen Ja ich bin jetzt soweit Ich bin fertig mit dem Können wir da ausmachen mit dem Video jetzt da Ich muss ganz dringend noch Kacke machen